Musik Guten Tag und herzlich willkommen in Gelsenkirchen-Bur. Ich bin Jacqueline. Ich bin die Sarah. Ich bin die Jasmin. Und wir sind heute die Gastrobeauftragten und zeigen euch mal, wie ein Tag so bei uns aussieht. Musik Die Azubi-Woche ist so, wir haben jetzt aus der ganzen Bundesrepublik die Auszubildenden hier in einer Filiale. Und wir sollen alle gemeinsam die Filiale leiten. Musik Ich zum Beispiel bin Gastrobeauftragte. Ich kümmere mich dann komplett um den Gastrobereich. Lebensmittel, Kaffee, Kuchen, hier ist alles unterteilt. Und wir müssen harmonisches Zusammenarbeiten. Musik Wir müssen wirklich alles selber machen. Ob es Bankgeld ist, vorbereiten oder montags bekommen wir ja neue Ware. Dann haben wir morgens um sechs schon den ganzen Laden umgeräumt. Ja, also es ist eine schöne Erfahrung, auch mal diese Verantwortung zu übernehmen. Man könnte sich sogar vorstellen, immer so zu arbeiten, muss ich sagen. Ja, also ich finde es sehr schön hier. Musik Die Kunden merken das natürlich auch. Andere Gesichter, neue Gesichter. Und die sehen das ja auch hier an den Plakaten, dass es Azubi-Woche ist. Die finden das auch super toll. Ich war überrascht am Montag, dass hier lauter junges Volk ist. Dann wurde mir erklärt, dass das eine Maßnahme ist innerhalb der Ausbildung, dass sie die Filiale für eine Woche leiten. Und ich finde das jetzt hier nach dem vierten Tag ganz toll. Machen die das? Musik Es ist schiefgelaufen. Im Ausgang ist es am ersten Tag ein bisschen schiefgelaufen. Wir haben halt hier auch noch Frühstück. Das haben wir zum Beispiel gar nicht. Und da waren ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Backautomat und sowas. Das muss man halt alles lernen. Die Leute hatten Verständnis. Das ist die Hauptsache. Gucken Sie mal das Strahlen an. Das ist wirklich schön. Bei Chibo gefällt mir wirklich diese Abwechslung. Es ist nicht nur einfach Verkaufen. Es ist wirklich Beratung und für den Kunden da sein. Das gefällt mir besonders hier dran. Wenn es euch bei uns gefallen hat, könnt ihr gerne nächste Woche reinklicken. Dann seht ihr die anderen Azubis aus Berlin. Tschüss! Tschüss!